Jetzt haben wir eine Pause. Sein Verfahren ist damit abgetrennt worden, das zum späteren Beginn ist es gerade für die Staatsanwaltschaft, dass er einen Kontakt hergestellt hat zwischen der italischen Vereinsbank und dem Investor, dem Geldgeber, der Milliarden Luca gemacht hat über Jahre für die Externe. Die Vereinsbank hat schon Co-Ex-Geschäfte gemacht für die eigene Tasche und dann in Deutschland und Berger auch private Investoren aufgenommen. Berger ist eine interessante Figur, der mal früher scharfe Steuerprofil beim Finanzamt und hat dann die Seiten gewechselt und er hat nur für Co-Ex geschrieben, um den Grund inzwischen zu überreichen, zu vermitteln, die Profil machen sollten und Bänkern, die ihm übernommen wollten. Berger soll dann doch viel Geld gemacht haben und fallabsehbar ist, dass Berger hier nicht eigentlich kommen wollte, gibt es einen Offenbefehl, Zunächst ist es in der Schweiz in der Ostsee Frankfurt, das wird im Verschenkel, denn sein Wohnsitz ist in der Schweiz seit es in Frankfurt ein Razzia gegeben hat. Sein Anwalt hat im Zugfeld gesagt, dass es nicht so eine Anziehung, die es bei Bex mit Ansprachen so gut gegeben hat, es uns auch nicht daran geben können, dass man auch gar nicht einen Gewinn, den man im Auftrag soll, aufgeteilt hätte, und dass die Anziehung von Bex mit Steuerwerk erstattet und deswegen, dass die illegal waren. Das hat der Weitere, das aber das ist jetzt aber auch bestätigt. Eingekleidt, die Situation von Becker, der Gruppe, allerdings beinkommen ist, kann man sich gut anwältig leisten, wenn man es heute vorrichtet, schon zu spielen? Davon hat man eigentlich nichts mehr bekommen, es ist insgesamt auch sehr wenig zu sehen, alles ist abgetrennt durch Klexigras-Scheiben und die Schmuck. Da sitzen zwei Becker-Advice im Moment und da ist die Verpflichtung relativ entspannt und im Moment wird immer noch die Anklage verlesen. Also eine Zusammenfassung der Anzahl, die Anzahl der Geschäft, das ja dritte Zeit war, um die Verteidigung hinter der Männlichkeit, endlich zwei Mütlichkeiten, entweder alles auszuhören und auf gewidere Strafe zu rufen oder zu halten. Und sie haben gar nicht gewusst, was dahinter steckt. Und die Anziehung des Bundesgesetzes, die auch gesagt haben, den Klex ist sehr kompensiert für einen kompletten Schauber, die Staatsanwälte haben drei, sechs Jahre gebraucht, um diese einzelne Einzelpersonen-Geläufe die Anzahl der Geschäftsführung zu verziehen. Was wir finden hier? Der Fuhf ist ein einfaches Wort, dass die getricksten haben, wo unser Steuergeld zukommen, also unser Energiert, genau wie gesagt haben, die mit Aktien schon luftiert, oder sollen mit Aktien schon liet haben. Das ist aus, als hätten sie anspruchs auf ihre Steuerbundsachung, das unansand und am Geld zugezahlt, das auf dem ersten Weg gemacht, gar nicht geflossen war. Der Füße und Reiche, wo man muss in Milliarden investieren, um einen Investor zu bekommen. Und zwar Stoff für große Rechercheteams, die da wissen, was sie dann empfangen. Bescheiden das Leben im Fuß. Auf großen Fuß. Man kann davon ausgeben, dass die Teilchen sehr reich geworden sind. Sie haben die Siebwiesbaden in 1927 beteiligt. Einer, die Investor, der reiche Geldgeber, der ist gestorben. Es war im Winken. Ich komme im Winken. Ein Neusielender hat gesagt, er will ich kommen. Deshalb wird da jetzt mit internationalen Haftenbefehl gesucht. Herr Oberger, es ist nicht der Schimm. Also, die sind zwei der Jährigen, die die Staatsanwälte haben, von Jahren. Und es wird ernst für sie zu entschuldigen, das voranzubringen. Also, ich verstehe, wir wollen, dass sie ein Befehl müssen. Es ist ja nicht der erste Prozess zum Thema Komplex. Was ist denn das Besorgen? Was ist diese Komplex, die die Staatsanwälte betrifft? Was ist das Problem? Das ist der dritte strafrechtliche Komplexprozess. Aber insgesamt ist es im Laufteil zu einer riesigen Reihe. Also, bei der Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt und 13 Kommen exakt zu Komplex. Wiesmann ist nur einer davon. Gestern sind wir mal zwei dazu. Das sind jetzt 13 insgesamt. Es gibt nur noch drei Kostungen. Bleiben die nächsten Kämpfe. Wir sehen uns in einem Thema. Die Traor Chemie hat es endlich geschaffen. Nach der Sitzung ist es, wenn die 16-jährige Afghanin befindet sich aktuell mit ihrer Mutter und ihrer Bruder nach einer jahrelangen Odyssee in Deutschland. Wir sind durch viele Länder gegangen, bevor wir in Deutschland angebaut sind. Von Afghanistan sind wir in Migranten gegangen und dann über die Türkei nach dem Krieg. Und zwar auf der griechischen Insel Lesbos, endlich in Berlin. Doch ihr erster Asyl-Attrag wird abgelegt. Ihre Familie eigentlich zu den Migranten, die zurück in die Türkei mussten. Laut dem 2016 geschlossenen Krieg in die Türkei abkommen, sollte die Türkei jede Flüchtlinge von den griechischen Arachen abgelehnt. Die Betroffenen heißt das, sie können entweder in ihre Herkunftsstaaten zurückkehren. Wenn sie das nicht tun, landen sie häufig in geschlossenen Camps unter haftähnlichen Bedingungen. Diesen Bus, auch auf dem Kleider gibt es da, soweit wir wissen, auch Frauen und Kinder. Sie haben keine persönlichen Sachen, sie haben nichts preisend, nur die Kleidung, die sie tragen und sonst nichts. Ab j Vamp entsprechend Layer gehen Und enthalten sich noch einmal in der Türkei nach, kann ich gleiche Höf auf den zieller hochissionen.